Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Golf-It-Runde-Video. Auf jeden Fall spielen wir jetzt eine Takeshi's Castle-Map von Black Floyd. Ich hoffe, ihr wisst dann noch alle, was Takeshi's Castle ist. Das war mal früher so eine Fernsehsendung, wo sie dann so verschiedene Sachen machen mussten. Und ja, es geht direkt los hier. Es geht direkt los, holy shit. Oh mein Gott. Okay, okay, geil. Übrigens, die ganze Map besteht aus Raze. Ja, genau. Top. Auch wichtig zu wissen. Wieso hast du zwei? Dark Nova erreicht den zweiten Platz. Ah, okay. Oh mein Gott. Boah, ist das assi. Das ist geil. Oh mein Gott, was? Nein. Nein. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No. Nein. Okay, das ist geil, der Modus. Ich glaube, den kann ich mir auch gut vorstellen in so einem Stream-Ding, wo dann so Leute dabei sind. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich bin weggeschossen. Ich finde es echt wild. Man kann doch nicht springen, ne? Also es ist sehr interessant. Okay, die gehört dir. Ja. Ja. Du bist da hinten. Ja, ich bin zweimal, dreimal runtergeflogen. Okay. Ich wurde auch einmal weggeschossen von den Dingern, die da rumfliegen. Ah, von diesen Eiswerfenmaschinen. Das ist geil, die Map. Ich muss das sagen, die Musik ist cool. No. Oh mein Gott. Das ist eklig. Was? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich auch nicht. Ich auch nicht, Leute. Wo bist du denn? Scheiße. Scheiße. Ich bin am Anfang. Nein, nein. Ich bin runtergeflogen. Ich bin auch am Anfang. Hä? Sag mal, kannst du mir das mal verraten, wo wir hin müssen? Uff. Ah, okay, 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 okay. Oh mein Gott. Ich hab's. Oh mein Gott, äh, es ist hart. Man darf diese roten Dinge aber nicht berühren, ne? Ne. Oh, nice. Holy shit, okay. Oh mein Gott. Yes, 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 yes. Ja, ja. No. Was? Ich war eindeutig erster. Nein. Oh mein Gott, wie ich auf dir bin. Oh mein Gott. Oh, wie eklig. Dann muss man da durch. Oder wie? Oder muss man hier oben bleiben? Bro, what? Ah. Oh mein Gott. Nein. Yes, let's go. Ich bin die ganze Zeit da oben drauf gewesen und willst du mir jetzt erzählen, dass du es jetzt hast? Hä? Okay. Okay, das war mein Fehler. Ich wusste nicht, was man machen musste. Aber geil. Finde ich gut. Oh, jetzt kommt Jump. Oh, okay, wir können Jump. Oh. No, ich bin zu schnell. Scheiße. Ah. Was ist ein Kopf an Kopf rennen wieder? Das ist halt echt. So. Ne, ich schaff das doch nicht mit deinem Sprung. Ja, er ist acht Minuten später fertig. Stell dir vor, wir hatten jetzt hier so acht Leute mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kollision ist an. Kollision ist an. Ja, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, du kleiner Penner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. 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 Ja, ja, nein. Nein. Oh mein Gott, wo müssen wir hin? Nein. Oh mein Gott. Da hinten müssen wir hin. Oh mein Gott, nein, verpiss dich. Verpiss du dich? Ja, geh weg. Ja, nein. Wohin springst du? Nein. Yes, let's go. Scheiße, das war gut von dir. Oh mein Gott, es steht jetzt zwölf und es sind einfach nur noch drei Sachen. Hä? Oh mein Gott, ich wusste nicht, was man machen muss. Ja, da war doch ein Pfeil. Nein, er nimmt mir das weg. Vielleicht hätte man ein bisschen... Yes, let's go. Nein. Oh mein Gott, ich hätte raussuchen müssen. Scheiße. Jetzt wird es echt eng, ne? Holy shit. Also wenn du jetzt gewinnst, den nächsten hast du gewonnen, ne? Ja, stimmt. Wie knapp. Oh mein Gott. No. Nein. Komm schon, ich muss das jetzt holen. Wo ist er? Du musst es wirklich holen. Oh mein Gott. Yes. Let's go. Das ist das Ding. Er hat es geholt. Jetzt nur noch für Fran. Scheiße. Aber wie gut ist es, Alter? Ich treff's nicht. Er war ganz close gerade. Die macht echt Bock. Ey, auch. Wo brall ich die mal ab? Alter. Was ist du denn hier? Komm schon. Yes. Ja. Wie hab ich den getroffen? Obwohl es gefühlt gar nicht drin war. Ah, okay. Ah, thank you for... Okay, okay. Das nenne ich mal eine schnelle Map. Das war eine richtig schnelle Map, ey. Holy shit. Ja, wir danken auch. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Krass, ey. Er war aber auch sehr knapp bei uns, um ehrlich zu sein. Holy shit. War richtig knapp. Aber geil. Sehr coole Map. Boah, das war jetzt ein richtig schnelles Video. Hier sieben Minuten. Krass. Das ist ein Quickie. Ja, ist echt so. Danke an Black Floyd nochmal für Takeshi's Castle. Echt coole Map. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Daumen, Däumchen nach oben da lassen. Ähm. Und ein Abo und gerne was in die Kommentare reinschlenzen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Also bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.